Mein Name ist Anna Lexandrakis. Also Europa ist für mich der Kulturraum, in dem ich meine zwei Identitäten ausleben kann. Die griechische und die deutsche und zwar ohne Grenzen und in einer Währung. Europa ist für mich auch Demokratie und Frieden. Ganz Berlin ist auch Europa. Berlin ist multikulturell und ich fühle mich überall in Berlin Europäerin. Das sind irgendwelche impress从 hin, impossible von ihnen zu erwarten.